Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, was ist passiert? Jelis Kotsch und Jannik von Make Love Fake Love sind getrennt, meine lieben Freunde. Wir schauen Statements an, da wird gefeuert ohne Ende. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare und natürlich DSDS folgt morgen die Reaction. Ihr wisst, bei den Live-Shows ist es einfach immer ein bisschen länger und schwieriger. Deshalb aber lasst schon mal ein Abo da und freut euch auf DSDS morgen Live-Shows-Reaction. Und wir haben ja auch auf Make Love Fake Love reagiert und da hat der gute Jannik ja gewonnen. Ich zeige ihn euch einfach mal hier. Der gute Jannik hat sich die Jelis geangelt sozusagen, war ein süßes, schönes Paar. Aber so wie es aussieht, ist es vorbei. Es hat ja schon angefangen, dass bei Jelis Jannik nicht mehr in der Freundesliste war, Instagram. So fängt man heutzutage ja Trennungen an. Ihr wisst es über Instagram, Entfollowern sozusagen. Und da gibt es auch ein Statement, was Jelis in ihre Story gepostet hat, was ihr jetzt gerade seht. Ich werde es euch versuchen vorzulesen. Erstmal wünsche ich euch alles schöne Ostern. An Jelis Kotsch. Die hat, so wie es aussieht, diese Nachricht bekommen, muss man dazu sagen. Hallo ihr Lieben, ich stelle mich zuerst vor. Mein Name ist Melina, führe ein bescheidenes Leben und verdiene mein Geld, damit Menschen zu retten. Wahrscheinlich Sanitäterin oder irgendwas. So, wie gesagt, sie hat diese Nachricht bekommen. Jelis hat so eine Nachricht bekommen. Ich bin nicht auf der Suche nach Fame oder jedem ein Schlechtes anzutun. Jelis zu schaden oder ihr Glück nicht zu gönnen. Jedoch habe ich Ungerechtigkeit schon immer aufgedeckt. Also wir reden hier von Batman. Das ist Batman. Ihr habt es nicht gewusst, aber Batman ist weiblich. Ich war gestern mit meiner besten Freundin im 080. Das ist wahrscheinlich ein Club. Ich weiß ersichtlich bei Insta, dass Jannik auch da war. Auch ersichtlich, dass er im Waldorf ist. Wie gesagt, das sind wahrscheinlich irgendwelche Clubs oder sonst was. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. 080 und Waldorf. Jedoch sind das beides diese Orte, an denen Jannik Jelis fremd ging. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das Management bekommen hat und es weitergeleitet wurde. Mit meiner besten Freundin traf er sich im Waldorf. Verabredete sich dafür im 080. Wie gesagt, was für Clubs das sind, kenne ich mich leider jetzt gar nicht aus. Er hat ins Ohr geflüstert, in einer Stunde vor dem Waldorf. Wie gesagt, ja. Danach hatten sie sechs bis zum frühen Morgen. Was? Geschichten über Snow. Snow ist das Kind von Jelis und Jimmy Blue Ochsenknecht. Wegen seinem Hintergrund auf dem Handy sei von seinen guten Freunden, auf die er aufpasst. Also er hat behauptet, dass das Hintergrundbild war Snow halt und dass er darauf aufpasst. Es tut mir leid, dass ich gerade so schlecht vorlese, aber wir haben morgens oder 10.29 Uhr frisch aufgestanden und wir haben Ostern. Also seid ruhig. Hübsches Mädchen. Hat sie einfach noch dazu gehört. Ebenso dachte er, wir kennen ihn nicht. Nun gut, heute wollte er sich erneut treffen, weil er bald wieder aus Berlin gehe. Wieder bald aus Berlin gehe. Er hat den Gürtel meiner Freundin beim Sex kaputt gemacht, weswegen er ihn ersetzen wollte. Seine Nummer haben wir. So, bedeutet, hier wird ihm vorgeworfen, dass er fremd geht, dass er sozusagen, ja, der Jelis fremd geht, während er weg ist und nicht Jelis bei ihm ist. Und hat gedacht, dass er nicht erkennt wird. Sorry, dass er nicht erkennt wird. Und ja, das ist so das erste Statement. Das hat Jelis einfach so gepostet. Er hat natürlich darunter geschrieben, wie ihr seht, mehr sage ich dazu nicht. Hört sich schon mal interessant an. So, dann hat Yannick mein kleines Statement gepostet, wie ihr seht. Und zwar, ich muss gerade daran denken, dass Jelis am Anfang der Beziehung zu mir gesagt hat, Jimmy, sprich Jimmy Blue Ochsenknecht, habe ich Aufmerksamkeit gegeben. Paco nicht, aber dir werde ich Aufmerksamkeit wiedergeben, wenn das mit uns vorbei sein sollte. Und genau das passiert gerade. Es werden hier Gerüchte veröffentlicht, vorher mit mir nicht darüber geredet. Sie weiß nicht mal, ob das stimmt und will mir direkt ohne Gründen zu zögern schaden. Jelis hat die Beziehung um 18.03 Uhr beendet. Alle Fotos gelöscht und mir entfolgt. Ich war gerade mal fünf Minuten in Berlin. Ich werde heute nicht viel zu dem Thema sagen, weil mir das mittlerweile alles zu dumm ist. Sprich, Jelis hat die Beziehung beendet und hat ihm geschadet. Einfach so, muss man ganz ehrlich sagen, hat Gerüchte angeblich von seiner Seite aus gepostet. So. Das ist nochmal der Post, auf was er sich bezieht. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Statement von Jelis. So, wartet. Stoppen wir mal ganz kurz. Hier steht jetzt erstmal nochmal. Hey Jelis, und Jannik hat gestern auch angesprochen. Uns hat Jannik gestern auch angesprochen. Er hat uns mehrmals gefragt, ob wir was trinken möchten. Er hat uns auch kein Alkohol, sondern nur Wasser getrunken. Er hat nur was getrunken. Nach einer Zeit fragte er uns, ob wir mit ihm und seinem Freund auf sein Hotelzimmer im Waldorf gehen wollen. Wir vereinten, verneinten aber, sorry. An keiner mehr hat er nach der Nummer von meiner Freundin gefragt. Da habe ich erst gedacht, dass du dich vielleicht für Max entschieden hast. Nummer hat er aber nicht bekommen. So, jetzt haben wir mal das Statement von Jelis. So, neu reinkommen. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Aber das sind halt alles echte Accounts, also keine Fake-Accounts. Das sind richtige Frauen. Ich bin schockiert. Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll. Ich habe ihnen das auch geschickt und mein Schwager hatte vorher mit ihm telefoniert, bevor die mir das überhaupt alles gesagt haben. Und nicht mal da hat er sich bei mir gemeldet und irgendwie gesagt, ey, wenn du jetzt so eine Nachricht liest, das stimmt nicht. Als ich noch nicht wusste, dass die telefoniert hatten, habe ich ihm auch diesen Screenshot geschickt und habe auch geschrieben, er soll sofort die Fotos von Snow löschen und auch seinen Hintergrund sofort ändern. Und er hat mich, also ignoriert mich komplett. Also, das kann ja nur stimmen. Ich muss mich gerade noch zusammenreißen und weiß auch nicht, wie es mir die nächsten Tage damit geht. Ja, schwierig. Ich glaube, ich glaube, so eine Sache war eher verneint es eindeutig. Sie weiß es eigentlich auch nicht. Sie bekommt es auch nur von Dritten mit. ... gehen wird, weil es einfach so ein Schlag ins Gesicht ist, weil ich diesen Menschen so in mein Leben gelassen habe und an meine Tochter gelassen habe. Ich weiß, sie liegt hier krank zu Hause, geht dann lieber feiern und macht solche Sachen. Ich finde das wirklich so erschreckend. Ich bin so schockiert. So schockiert. So, die Nachrichten, die jetzt gerade so neu reingucken. So, erstmal muss ich dazu sagen, ihr findet den Link zu Instagram, wo ihr sowas natürlich auch früher seht. Wirklich vielen Dank, Instagram. Unten in der Videobeschreibung. Sehr erfolgreicher Kanal. Macht das echt sehr, sehr gut und sehr aufklärungsreich, muss man echt sagen. Also, sehr, sehr schwierige Situationen. Das ist jetzt gerade die aktuelle Grundlage. Wir haben aber von Jeles auch nochmal was bekommen bezüglich Insta-Stories. Schauen wir einfach mal nach. Hier werden halt tausende Sachen. Das haben wir ja gerade gehört. Da letzte Woche. Und zwar war da noch etwas mit Fake-Accounts. So, hier. Der Chat ist fake. Was sagt ihr dazu? Janik, auf dich wird ja nicht gerade richtig geschossen. Bekommst echt Hate gerade ab. Ja, egal. Easy, bro. Ist eh geplant. Ah, okay, warte. Das soll angeblich ein Fake-Chat sein, was Jeles mit ihm geschrieben hat. Geile Idee, bekommst dann nochmal ein bisschen Reichweite. Ja, okay, dass das offensichtlich fake ist, ist ja wohl klar. Das ist ja wohl klar. Sein Profilbild ist viel weiter weg. Keine Ahnung, wer sowas macht. Ja, also. Ist auf jeden Fall ein Fake-Chat. Das geht auch gerade ein bisschen rum. Aber mich würde mal interessieren, was ihr zu der ganzen Thematik sagt. Ist ja wirklich fremdgegangen? Was ist eure Meinung? Ich glaube, wie immer liegt die Wahl in der Mitte. Wenn es irgendwas Neues gibt und ihr das wissen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Dann werde ich das für euch versuchen rauszufinden. Und macht dazu nochmal wieder. Ich küsse euer Herz. Vergisst morgen bitte DSDS nicht. Danke. Danke. و